und weiter geht es mit einer weiteren folge minecraft 3 mekanism weil mir ist eingefallen wir haben noch überhaupt keine energiespeicher möglichkeit deshalb wollte jetzt mal die von mekanism die energy cubes bauen dazu müssen wir wahrscheinlich wenn ich es richtig in erinnerung habe ja mit dem anfangen und dann immer eine stufe weiter hoch gehen bis wir am schluss halt bei dem ultimate rauskommen da will ich hin also brauchen wir 2468 solche achten mal des 8 also 16 jetzt davon 16 und 16 damit hätte ich dann schon einmal die können dann auch mal zum schmelzen rein die habe ich fast vergessen damit hätte ich dann schon mal die alle dann brauche ich hier vier also vier acht zwölf noch einmal das sind die ersten zwölf machen wir es so aber jetzt kommen schon jetzt hat also mit denen jetzt zwölf kann ich dann ja teilweise schon mal weitermachen wenn auch nicht alles weil jetzt kann ich fast da brauche ich dann wieder stahl also noch mal jetzt hat 1 2 3 4 wieder 1 zu viel natürlich 2 3 4 5 6 7 8 mittlerweile sollte das dadurch sein also kann ich äh klasse muss ich warten bis hier alle vier sind dann wieder zurück weil ja so sehen alle da rein getroppt habe 3 4 noch mal war eh dämlich weil ich habe ja noch etliches an stahl 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 ja ich habe ja das letzte mal einen ganzen stack erstellt ok den muss ich immer da hinsetzen die cubes weil sonst muss ich es oben immer raussuchen jetzt brauchen wir hier diamond dust habe ich davon noch etwas diamond natürlich nicht und ich glaube für die muss ich dann sogar noch eine stufe weiter ja also brauchen wir von denen wo haben wir sie da brauchen wir alle acht da jetzt nicht ganz weiß wie viel wir brauchen nehme ich mal ein paar mehr ups da will ich hin schauen wir mal wie viel kriegen wir aus einem raus genau einen ok dann brauchen wir also noch sieben diamanten die zu diamant staub werden das kann dann wieder auf on das hier und für die nächste stufe bräutern reinforced obsidian da habe ich noch etliches da sollten vier reichen hoffe ich sehen wir ja gleich ja dann kann ich jetzt genau die hälfte da reinsetzen 3 4 und das sollte jetzt hat hoffentlich ausreichen dass wir sämtliche stufen durch kraften können ok und schon sind wir beim ultimate angekommen weil ich weiß dass das bei denen immer so eine frage wie man die anschließen muss weil jetzt wird er zwar geladen aber ich glaube immer da wo diese fläche ist da ist dann der output wie viel geht jetzt bei dem rein 51,2 mega rf ja das ist doch eine menge kein wonder dass der schon wieder leer ist also der speicher hier weiter alles gleich hier rein gepumpt wird wie viel fehlen denn da noch ungefähr 1000 stück gut machen wir hiervon noch einen screenshot ah in der mitte sieht man auch so einen komischen cube sich drehen den habe ich ganz vergessen ja gut das war es dann wieder mit dieser folge wenn sie euch gefallen hat lasst bitte den daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten mal